moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video zeige ich euch den funktionierenden goldmode glitch beziehungsweise den unsichtbarkeitsglitch auf firebase z der goldmode glitch wurde leider gepatcht jedoch kann man den hier noch benutzen ihr braucht hierfür einen kollegen leute und ihr braucht das grabstein perk euer kollege muss heilaura dabei haben auf stufe 3 dann kauft euch das grabstein perk leute und lasst euch down gehen wenn ihr dann down seid aktiviert euren grabstein nun müsst ihr warten bis eure rote lebensanzeige fast abgelaufen ist und im letzten moment leute wo gar nichts mehr von dem roten sichtbar ist muss euer kollege seine heilaura aktivieren und euch damit wiederbeleben wenn ihr das dann richtig gemacht habt dann lebt ihr wieder jedoch steht euer grabstein noch dort ich zeige euch das mal genau damit ihr auch wisst was ich meine wie ihr seht wird meine rote lebensanzeige immer weniger und wenn sie dann komplett wechselt genau jetzt aktiviert mein kollege seine heilaura und wie ihr seht lebe ich wieder und mein grabstein liegt noch da wenn das bei euch auch der fall ist dann habt ihr bis jetzt alles richtig gemacht nun müsst ihr euch vom mimik töten lassen aber er muss euch mit attacke töten womit er euch zu sich ran zieht und ich zeige euch jetzt wie ihr diesen angriff triggern könnt lasst euch einmal von dem mimik schlagen leute lasst euch einmal schlagen und wenn ihr euch geschlagen hat dann geht ein bisschen zurück und dann zieht euch nämlich ran also er mich geschlagen ich gehe zurück und jetzt zieht er mich ran und wenn er das dann gemacht hat dann seid ihr komplett tot nun muss euer kollege einfach nur die runde beenden und wenn er das gemacht hat dann spawnt ihr wieder und ihr seid komplett unsichtbar für die zombies das gute an diesem glitch ist ihr könnt jede killstreak benutzen ihr könnt durch den teleporter und eure waffen punchen und sogar die bosse übersehen euch leute das war's dann mit dem video ich hoffe ich habe das video gefallen falls ja lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle gerne ändern ansonsten ciao und bis zum nächsten mal